Jeeey, ein Kack! Ein Kack! Ah, die greifen gleich mich an, natürlich! Natürlich! Ah ja, der hat mich gar nicht getroffen und kickt mich weg! Ist der hier schon mal Ausdauer gebrochen? Ja, ich bin gleich schon weit! Nein! Oh, der Retter ist da! Okay, jetzt! Ne, da hat keine Ausdauer! Was sieht den anderen an? Ja komm! Einfach mal der Retter ist da machen! Na ja! Gut! Einer! Wie sieht doch mal den anderen an! Nein! Ja! 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 Ich mach mal ein bisschen wütende Treffer bei dem hier. Und dann der Retter ist da. Die haben mich anvisiert. Der hier ist wieder voll da. Ich bleib mal frei. Achtung, Achtung, Kugeln. Ne, doch nicht. Doch, Kugeln, Kugeln, diese blauen Kugeln. Ja, diese, ach. Ist ausdauer gebrochen. Nein, ist fast tot. Der ist tot. Der ist tot, ja. Der Retter ist da. Yeah. Ja, der wollte gerade hinten sein Kumpel wiederbeleben. Geht wohl nicht, oder? Final Flash. Und wir treffen uns. Hast du es wieder ausdauer? Glaube ich nicht. Was macht der? Nein, 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 nein. Ja, das ist nicht so schlimm. Ich wäre nur so ein Stun. Ach, ich habe mich ausdauer gebrochen. Ey. Mach Final Flash. Final Flash, Final Flash, furcht Final Flash. Okay, okay. Ah, schade. Weiß ich nicht mehr. Egal, ich will wieder ausdauer brechen. Aua. Steh doch auf, ey. Ah, ja. Sehr gut. Keine Chance, ey. Ja, die dachten sich auch, was geht denn ab, Alter? Was ist denn hier los? Wo geht meine ganze Ausdauer hin? Ja, ich habe doch was? Ich bin bohrt. Was? Das Einzige, was ich gesehen habe, waren so Key-Dinger, Alter. Was? Ja, die da ist in der Google ist wie der Genki da, aber also bitte. Ja, irgendwie schon, gell. Ja, sweet. Die haben auf jeden Fall aus dem Maul bekommen. Ja, der hat nur drei Ausdauer-Biken, der hier. Ja, ich habe es gesehen. Drei Ausdauer-Biken. Ja, aber es reicht ja, im Grunde genommen so. Ja, ja, aber es reicht ja im Grunde genommen so. Ja, ich habe es gesehen. Ich habe viermal Ausdauer gebrochen. Ja, ich habe die jetzt beide da. Müsste. Hat auch einer, war das Wüten der Treffer, Alter? Oh fuck, ich habe mich verdrückt. Ich würde Wüten der Treffer machen, aber auch so in die Ulti gemacht. So, da noch er auch. Sehr schön. So muss es laufen. Ja, schon. Hey, da haben zwei Leute Todesstrahl. Haha, geil. Na, mein Leben sieht aber auch echt scheiße aus. Oh fuck, 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 fuck. Oh, du hast mich gerettet, Alter. Du hast, der Retter ist da gemacht. Ja, und dann hat er gerade auf mich eingeprügelt, also. Ja, die sind fast tot. Ja, ich bin auch tot, fuck. Oh, scheiße. Ich bin nicht wiederbleiben. Mhm. Einer ist tot. Sweet. Ah, nur noch einer. Und er ist alles losgebrochen. Fast. Jetzt. Jetzt kann ich mir meine Feindeflash machen. Noch mal. Der Retter ist da. Yay! Seine Ausdauer ist weg. Ja, der ist praktisch tot. Jetzt. Bum! Bum! Ein bisschen tut er mir schon leicht. Ja. So ein bisschen. Wir haben bestimmt jetzt gesagt, zehnmal Ausdauer brauchen, weil. So ein bisschen. Oh, ein bisschen. Oh, Mann. Jetzt, weißt du. Und die anderen denken sich, ah, ja, geil. Wir haben gewonnen. Wir haben die vorher vernichtet. Was geht hier ab? Ich wusste gar nicht, was da passiert. Ja, echt. Mörder! Mörder! Die ganze Zeit Ausdauer weg. Wie kann das sein? Ja, fünfmal, sechsmal bei der Ausdauer weg. Gut, aber würde die ganze Zeit auf mich gießen. Was soll ich da machen? Wegen der Wutiger. Wegen der Wut. Wegen der Wut. Ah. Ja, wohl am Anfang vielleicht noch nicht direkt. Weil du Arschloss machst direkt am Anfang die Scheiße. Mäh! Oder in drei Ausdauer Wolken. Alter, schon mal. Fick dich nicht ins Visier, Alter. Ja, jetzt habe ich dich wenigstens im Visier, Alter. Ja, lieber mehr Schaden machen. Mehr Schaden. Ich habe keinen Key. Ich habe keinen Key. Ja. Joaah! Ist da noch so ein anderer dabei, Alter! Oh fuck! Nein! Ah, verdammt! Ach, sehr gut! Jetzt aber auch die richtige Dröhnung, Alter! Na gut, dafür habe ich meine loyalen Teammitglieder, ne? Ja, oder auch nicht! Vielleicht nicht mehr! Die sind beide sofort gestorben, ey, was soll das? Der andere weiß gar nicht, was er machen soll! Och, scheiße! War wohl nix, Alter! Die anderen sterben sofort, Alter! Ja, ja, ich stier! Yay, ich hab gewonnen! Jetzt zum Ende gibt es hier noch eine Runde, wo ich hier 5 gegen 1 gemacht habe, beziehungsweise 1 gegen 4 und da seht ihr mal, wie schnell das laufen kann. Viel Spaß dabei! Ich hab gewonnen es... Es ist garlic diferentes hier bei proyectех Oh! Ich hab madigan die Leute! Oh Gott! Stephanio! � Nein! W Shell guns! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der hat total die Klatsche bekommen aber vom Feinsten